RTL-Moderator Frank Papke ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Darüber berichtet Radio Music Star. Frank Papke gehörte in den 80er und 90er Jahren zu den beliebtesten Moderatoren des Senders. Er moderierte RTL Musik Revue und Schlager Club mit Frank. Auch als Stadionsprecher des VfL Bochum machte er sich einen Namen. Laut Medienbericht sei der Moderator nach langer Krankheit verstorben. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.